Predigten des Herrn Predigt 37 Markus 7, Vers 32-37 Tue da auf eure Ohren! Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Volk besonders, und legte ihm die Finger in die Ohren, und spützte, und rührte seine Zunge, und sah auf den Himmel, seufzte, und sprach zu ihm, Und alsbald taten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Zunge war los, und er redete recht. Und Jesus verbot ihnen, sie sollten's niemand sagen. Je mehr er aber verbot, desto mehr sie es ausbreiteten, und das Volk wunderte sich über die Massen und sprach, Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend, und die Sprachlosen redend. So spricht der Herr Die schnelle Heilung eines Taubstummen, von der diese Verse erzählen, war eine von jenen Taten, mit welchen ich von Zeit zu Zeit meine Lehre bekräftigen musste, damit meine Jünger, sowie das Volk, welches mir nachfolgte, auch durch Taten überzeugt wurde, dass meine Worte göttlicher Abstammung sind. Diese Taten sollten auch mein Dasein auf eurer Erde als eine höhere Mission, als die eines Propheten und Sehers begründen und beweisen. Denn das Volk, durch scheinbare Wunderwerke der Magier und es sehr daran gewöhnt, Dinge vor seinen Augen verrichtet zu sehen, welche es nicht begreifen konnte, legte nur zu leicht dem einen oder dem anderen einen Namen oder eine Kraft bei, die ihm nicht eigen war. Weswegen ich hauptsächlich nur Heilungen oder solche Wunder vollführte, die jenen Gauklern und Magiern nicht zu verrichten möglich waren. Was den Akt der Heilung selbst betrifft, so wie ich ihn verrichtete, hatte er einen tieferen, geistigen Sinn, als nur den, dass ich einen Taubstummen heilte, damit er dann von mir und meiner Wunderkraft reden sollte. Ich hatte derlei Anpreisungen nicht nötig, ja, wie einer der Verse deutlich sagte, ich verbot dem Geheilten sowie den Zeugen, von dieser Tat weiterzureden. Dies wurde aber nur selten befolgt, denn eben durchs Verbot erwacht der Drang zum Sündigen noch stärker. Auch mein Jünger Paulus empfand dies, indem er seufzend sagte, wäre nicht das Gesetz, so wäre nicht die Lust, dagegen zu sündigen. Er bekannte in diesen Worten die Schwäche der menschlichen Natur und warnte zugleich vor der zu grossen Sicherheit eine gewisse Stärke erlangt zu haben, damit man nicht unverhofft, desto tiefer falle. Was das Verständnis der geistigen Bedeutung dieser Heilung des Taubstummen für euch alle betrifft, so müsst ihr die Worte Taub und Stumm recht ins Auge fassen und dann aus der gegebenen Erklärung die geistigen Schlüsse herausfinden. Die Handlung wurde einer Sonntagspredigt deshalb zugrunde gelegt, um euch mir näher zu rücken. Denn ihr müsst wissen, dass in jedem Wort, das ich sprach, und noch mehr in jeder Handlung, die ich während meines Erdenwandels verrichtete, die Hauptsache bei weitem mehr das Geistige war als der Akt der Tat, die Gelegenheit oder die Umstände, bei welchen ich meine Lehre, dem mir nachfolgenden Volk kundgab. Jedes meiner Worte hatte einen weittragenderen Sinn, als jene Zuhörer ahnten und auch heutzutage noch die meisten Bibelerklärer und Forscher gefunden haben. Deswegen muss ich auch hier diese beiden Worte Taub und Stumm etwas näher erklären, damit wir durch geistige Entsprechung leichter herausfinden können, was jetzt zu meinem Zwecke passt und was schon in jener Zeit in meinem Wort Hefata und in der Handlung, wie auch in der Person, an welcher ich die Handlung vollzog, lag. Denn es war kein Zufall, dass ein Taubstummer auf diese besondere Art von mir geheilt werden musste, während ich bei anderen Gelegenheiten, Blinden, Lahmen, Aussätzigen und anderen nur durch mein Wort oder durch Auflegen meiner Hände die Gesundheit wiedergab. Seht, um dies alles geistig aufzufassen und zu begreifen, müssen wir diese beiden Worte Taub und Stumm näher betrachten, Taub sein ist ein Zustand, bei dem der innere Geistesmensch um einen Sinn ärmer, so manches von den Annehmlichkeiten und geistigen Einflüssen der Aussenwelt entbehren muss, was dem gesunden Menschen durch das Gehör von allen Seiten zuströmt. Letzterem wird dadurch bewiesen, dass selbst in dem Vibrieren der Materie, das den Schall bewirkt, weit grösseres Geistigeres liegt als erwähnte. Denn die Eindrücke des Schalls bilden vom leisesten Geräusch bis zur höchsten Harmonie der Musik oder bis zum noch höheren Ausdruck aller geistigen Begriffe im Wort eine grosse Stufenreihe von Genüssen, Erklärungen und Kundgebungen meiner Göttlichkeit und Ewigkeit in der ganzen materiellen Schöpfung, welche alle dem Tauben fremd und nicht erklärbar sind, so wenig wie dem Blinden die Farben, zumal, wenn diese Mängel von Geburt an bestehen. Stumm ist wieder das Entgegengesetzte von Taub. Während nämlich im Tauben der innere Mensch tausender Einflüsse von außen durch das Nichthören beraubt wird, so muss umgekehrt der Stumme, des Mittels der Sprache beraubt, den Mangel fühlen, die Einflüsse, welche die ihn umgebende Außenwelt auf ihn ausübt, nicht kundgeben, und die durch das Äussere in seinem Innern sich abspiegelnde Welt anderen durch das grösste und umfassendste Werkzeug durch die Stimme und Sprache nicht mitteilen zu können. Es stehen ihm im besten Falle neben Gebärden und Zeichen unartikulierte Laute zu gewöhnt. Wie ich in einem anderen Worte an euch schon sagte, dass gegenseitige Mitteilungen ein Hauptbedürfnis, ja, ein notwendiges Mittel zum Fortschritt auf dem geistigen Wege sind, so versteht es sich von selbst, dass derjenige, welcher stumm ist, eine ungeheure Menge von Genüssen entbehren muss, was ihm erst dann zum Bewusstsein kommt, wenn er das von Aussen Empfangene wieder durch Mitteilung zurückstrahlen möchte. Nachdem ich euch die Bedeutung dieser beiden Worte und die Nachteile des Verlustes der einen oder der anderen Eigenschaften näher erklärt habe, so könnt ihr euch einen rechten Begriff von denjenigen Geschöpfen und Menschen machen, welche nicht nur den einen oder den anderen sind, sondern beide entbehren müssen. Das Fühlen oder die Aufnahme der von Aussen kommenden Harmonien und das Wiedergeben der durch dieselben auf den Innenmenschen hervorgebrachten Eindrücke fehlen. Es liegt in diesem Mangel ein ungeheurer Hemmschuh des Fortschritts im Geistigen. Denn wer nur durch andere Mittel als durch das Gehör das Ausser ihm Liegende aufnehmen und das Aufgenommene notdürftig wieder mitteilen kann, der entbehrt in meiner grossen Schöpfung vieles, was anderen, ohne es zu wissen, im vollen Masse in den Schoß fällt. Nicht ohne Grund bat mich in jener Zeit das Volk, diesen Taubstummen zu heilen. Es war von dem Gedanken geleitet, dass auch er meine Worte vernehmen sollte und dass er so, wenn sein Inneres mit einem grossen Reichtum von nie geahnter Geistesfülle genährt sei, seine und auch meine Mission auf Erden begreifen könne. Wie viele Menschen haben noch jetzt ihr geistiges Ohr meiner Schöpfung und meinen Lehren verschlossen? Und wie vielen ist noch bis jetzt meine ganze Schöpfung ein stummes, zusammengeworfenes Gemisch aus Stoff und Materie, dessen Gesetze nach ihrer Meinung nur dem Zufall entstammen? Wie vielen rufe ich zu, Hefata, das heisst, tuet auf eure Ohren, vernehmt den Jubelgesang der ganzen Natur, die vom letzten Atom bis zur grössten Zentralsonne nur Liebe predigt? Macht auf eure Ohren und vernehmt das geistig Tiefe, welches euch in meiner Lehre gegeben wurde, um euch zu etwas Höherem, etwas Größerem zu erziehen, als zu vegetierender Kräuter und fleischfressender Tieren, die nur mit grösserer Intelligenz als die anderen begabt sind? Wie vielen rufe ich dieses alle Tage, jede Stunde, ja jeden Augenblick zu und jede Gemütsbewegung, jede Idee, die doch nicht Produkt des Stoffes oder der Materie sein kann, zeigt ihnen deutlich, dass in dem körperlichen Tiermenschen ein geistiger, höherer Mensch verborgen liegt, der den äusseren Menschen so vergeistigen sollte, dass er eine würdige Umkleidung des Innern und ein Geschöpf werde, das seinem Schöpfer Ehre macht. Und seht, Tausende haben sich selbst zur Taubstummheit verdammt. Sie begreifen nicht, welch grosser Schatz geistiger Seligkeiten in meiner Natur auf sie einwirken will. Sie sind kalt oder stumm bei diesen Eindrücken. An ihren Ohren gehen alle geistigen Harmonien unbeachtet vorüber, und ihr Inneres ist leer, oder nur von Eindrücken angefüllt, die aus der niedersten Sphäre der Materie oder der Sinnlichkeit herrühren und sie vom Menschen zum Tier herabdrücken. Ihr Inneres ist leer, und weil sie nichts Geistiges geben können, empfangen sie auch von anderen nichts. Für sie herrscht nur die Materie, und Geistiges ist ein Erzeugnis eines verrückten Gehirns. Durch dieselben Worte, welche ich euch schon seit mehreren Jahren zukommen lasse, rufe ich meinen verirrten Kindern das Hefata zu, lege meine Finger in ihre Ohren, um sie noch zu retten, solange es möglich ist, und ehe noch die ganze Natur mit Posaunentönen statt mit sanften Harmonien ihnen ins Ohr tönen wird, was sie auf friedlichem Wege nicht verstehen wollen. Ich habe die Menschen nicht erschaffen, dass sie gegen alle meine Werke taub seien, und habe meine Schöpfung nicht mit so vielen Wundern ausgerüstet, dass sie meinem geistigen Wesen ein stummes Buch sein solle. Taubstumm ist und soll nichts sein in meiner gesamten Natur. Alles, was lebt, soll die Sprache seines Schöpfers, seines Vaters vernehmen. Denn er will mit den Eindrücken seiner Schöpfungen die Seele der geschaffenen Wesen so erfüllen, dass in der Mitteilung des Geschauten, Gefühlten und Gehörten die ganze Wonne des Daseins liegt. Nicht stumm soll meine Natur sein, denn stumm ist so viel wie geistig tot. Jubelnd soll alles bezeugen, dass es lebt, dass es sich des Lebens freut, und dass es in allen Schöpfungen der Aussenwelt seinen Schöpfer, seinen liebenden Vater, wiedererkennt. So soll die materielle Schöpfung die Unterlage des Geistigen sein und die geistige Schöpfung das materielle Vergeistigen. Taub oder stumm ist oder soll nichts sein in der Welt, am wenigsten der Mensch, der als letztes Produkt der materiellen Schöpfung auf dieser Erde mein geistiges Ebenbild in sich trägt. Wie ich dem Taubstummen das Gehör wiedergab, damit er höre, was und wie alles in der Natur mich lobt und preist, so sollte er auch nicht mehr stumm sein, damit er in diesen Jubelgesang mit einstimmen könne und mich als seinen Herrn, aber auch als seinen liebenden Vater erkennen möge. Wie ich jenen Taubstummen heilte, so lasst auch ihr euch heilen, damit ihr, nicht taub gegen meine Worte, den anderen laut mit der Macht der Stimme voller Überzeugung verkünden könnt, dass jene Taten und Wunder vor mehr als tausend Jahren von mir verrichtet, geistig nur andeuten wollten, was ich mit der ganzen Menschheit im Sinne hatte, als ich sie schuf und als ich euch Menschen auf dieser Erde zu Herren einsetzte. Ich wollte nicht Taube und nicht Stumme, sondern Wesen für mein Reich erziehen, die offene Geistesohren und beredete Zungen haben sollen, mich und meine Schöpfung zu vernehmen und laut zu verkünden. Hosianna in der Höhe, heil ihm, der uns diese ausserordentliche Gnade gab, ihn zu vernehmen und uns nebenbei auch die Mittel verlieh, das Vernommene wiederzugeben, damit es nicht für uns allein, sondern für alle diejenigen ein Gemeingut werde, die seine Kinder werden wollen. So wünsche ich, dass ihr mir den täglichen Lobgesang darbringt, damit ihr der ganzen Welt durch Wort und Tat beweist, dass ihr während meiner Lehrzeit weder taub noch stumm gewesen seid. Dies beachtet zu eurem Heilen, wie auch zum Besten eurer Nächsten. Amen. Amen.